Dieser Ball heißt Galaxy Ball und soll höher fliegen als ein Flummi. Hier ein Tennisball, hübs natürlich nicht hoch, passiert nicht viel, aber dieser Galaxy Ball, oh mein Gott, wie hoch der fliegt. Schaut euch das mal an, das testen wir auf jeden Fall aus. Ich habe einen bestellt und das vergleichen wir mit einem Tennisball und einem normalen Flummi. Liebe Leute, ihr seht schon, hier habe ich einen Tennisball, einen normalen Flummi und der Galaxy Ball. Und das springt schon mal richtig gut, aber wir wollen das natürlich auch richtig testen, wie in dem Clip gezeigt. Das heißt, wir schmeißen den jetzt nicht auf den Boden hier, sondern wir gehen jetzt hoch, hier hoch, zweiter Stock und schmeißen den hier runter, hier auf dem Stellplatz. Und dann schauen wir mal, wie hoch das Ganze fliegen wird, wer am höchsten fliegen wird. Ich weiß nicht, also ich glaube der Tennisball wird wahrscheinlich schon nicht hoch fliegen, aber der Flummi hier, der hat auch ordentlich Power, Leute. Wer für höher fliegt, der Flummi oder dieser Galaxy Ball, wo einiges versprochen wird. Ich bin gespannt. Dann machen wir hier mal auf und schauen mal runter.